es ist aber auch ja es ist sonst ein bisschen zu weit und es kommt ein bisschen mehr als ein quadrat wenn einfach nur fällst wir alle sind aber auch so ein bisschen mit dem fallschirm also aufhören dann kommst du ein bisschen weiter sieht man jetzt jetzt zu ziehen das ist ein bisschen speed und halt nach vorne und dann wieder loslassen mehr genau dieses das meinte ich mit dem hüten dann kommst du noch mal ordentlich ran müssen wir nicht gleich so lange laufen außer jemand sieht jetzt direkt unter uns ein auto das könnte sicherlich noch mitnehmen gleich aber wo wollt ihr jetzt hinfliegen eigentlich da wo der grüne punkt ist und da wollt ihr so zeitig ziehen die wixen sonst dahin kommen ja keine ahnung ich bin auf jeden fall zwischen den anderen häusern gelandet weil ich dachte ihr wollt ihr aber da so ein team kommt auf ost mit uns relativ nah runter ja aber die wollte bestimmt nicht nach ganz kann direkt die wollen hier in osten ist doch ich hoffe dass wo ich gerade zulaufen wer ist hier der letzte ja wie gesagt ich dachte er wollte er runter deswegen haben wir auch die punkte auf die karte gesetzt das ist ja ganz spezielle menschen ein paar gute waffen finden können sowas werden müssen uns gegen ein sehr anderes gutes equip ausstatten haben wir nicht über ist nur retten ohne da fällt ja in der regel noch eine ganze menge runter das ist ja nicht besser das ist halt nur häufiger na gut es stimmt wenn wir glück haben dann kann man sehr genau so verdammt hängen bleiben bitte aber finde man hier irgendwie eine karl der sks mit ein paar fünftigen aufsetzen du gehst ja schon wieder gut ran erstmal erstmal überhaupt was finden das immer wir hatten immer ein wieder gute waffen und keine aufsetzer oder gute aufsetzer kennen wir für sich gemacht und die waren mit schrotflinten equipped entweder bist du denn verdammt gut oder die sind verdammt doof gewesen ja ich glaube eher niemand wird am top aber das ist schon ja siehst du ich mecker zu viel hab schon mal eine sks und du bist du ja das ist der trick daran erst meckerst du ein bisschen und dann findest du das genau nicht auf mich schießen ich wusste ich komm rein nein nein ich kann nicht wegluten ja das nehme ich kludisch spezialität leute beklauen sagen sagen dass er nichts hat und dann stirbt er und das fällt alles aus ihm raus wie aus dem großen weihnachtsmannsack immer wenn du von ihm was willst so ja ich könnte jetzt was geben und den rest hoch zu heilen aber ich brauche die um mich selber zu pfuschen das habe ich eher so nie gesagt ja du hast es bloß gemacht du einmal ach so mensch der sebeni sehbeni so mein gott ich bin immer so bekloppt stimmt ich hatte bei obs geholfen bist du umgezogen da die gelben häuser noch mal so kurz hast du schon gesehen super schwierig zu sagen wenn du fps einbrüche beim stream hast müsstest du beobachten die sie hat oder so ob das an der cpu liegt ob die ausschlägt oder nicht ist egal was lustig war wir sind letztens bei uns im dorf abgesprungen guck mal so viert im flug hat direkt gezogene fallschirm weil er noch pizza essen wollte und dann ist noch ein team bei uns runter und flug und die ganze zeit sagen wo die sind wie geil ist das denn da kannst du dir doch aber die leute schon runter pflücken aus wenn er dann auch um um einmal so hoch die geht weiter aber so ich hatte hier irgendwie noch eine luftklappe die ich nicht mehr gefunden habe ich ein gesammelt habt ihr ein auto leute wer ist denn jetzt schon zu mir hochgelaufen und wird sich ja schon wieder am blut auf also gibt es doch nicht ich würde das auto holt ach so genau hat jemand 7,62 munition ich habe eine ak ich habe ein bisschen 35 als bräuchte ich die sks 30 kannst du haben das argument ist okay gut dass ich vorhin übel sich abgefeiert habe und dann damit nicht zum schießen kommen konnte weil ich vorher weggenutzt wurde jedes mal wenn ich einen drop kriege und dann sowas wie awm oder so habe denke ich auch bitte lass mich wenigstens ein paar leute dann töten vier leute vier airdrops drei awms eine 1mg ach komm gut die akm muni kann ich jetzt nicht mehr abgeben habe selber eine akm gefunden wie er hier schon wieder zu mir hochgelatscht seid ihr gierigen leute die werden auch mal kugel loops oder irgendwelchen scheiß oder gewählten kugeln pass das häuschen mit dem an der anderen hütte ich in der hier wo du bist ne der rechts daneben hier ist nur eine ump aber ich will sie sich nicht weglücken ne brauchst du ganz wenig sicher da habe ich die munition schon rausgezwitscht schnell in das haus bevor clooney mitkommt hallo 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 ich brauche nur noch ein visier und eine weste wenn du eine level 1 weste findest ich brauche auch noch eine weste am besten kriege ich dann die weste wovon daniel sie kriegt weil er dann einfach rein stirbt ja genau wo bist du daniel dass ich ein stückchen wo die laufen kann quick looten hier ist ein wang polster bringe ich mal mit ja das ist ja cool falls kein anderer einschaftsschützen mehr bekommt aber wo ist denn das auto ach da hinten ist ein jeep oder ist das was anderes ne bei mir ist eins ich komme gleich ich würde sie noch schnell aus also ist das ein weil wir nicht in zwei autos fahren oder mit einem ein achso dahinten bist du ok wenn die fps droppen wenn die fps droppen kann das das auto warten bedeuten dass die leistung so du wolltest ja gar nicht das wang polster war manu doch klar du hast das hingelegt ich hatte mich jetzt hier nur hingelegt um nicht getroffen zu werden super danke wenn du fps drops hast bedeutet dass das die hardware gerade nicht hinterher kommt und dann hast du also irgendeine hardware bauther kommt nicht hinterher vielleicht findet sich ja noch etwas und ja das ist eigentlich so das hausproblem ich weiß nicht ob es dann das müsste man beobachten kann an der grafikkarte liegen kann an der cpu liegen kann an schnittstellen von den geräten das ist immer schwierig zu sagen also musst du mal erstmal beobachten ob es spielabhängig ist oder ob es bei allen spielen auftritt ob es regelmäßig auftritt 120 ja schwierig ist immer du müsstest theoretisch neue hardware dann kaufen wenn du weißt welches element das dann ist was da probleme macht besten dank ja ja ich habe energy wahrscheinlich nicht als gruppen ich weiß gar nicht muss mal gucken für dich alten gerschlund sowieso nicht ja ich habe ich noch gegen M gefunden also hier gehen bestimmt zwei Dagen rein hier wäre noch mal eine Level 1 Weste falls jemand Bedarf hat hier sind zwei Helmchen bei mir zwei Stück Helmchen ich wollte schon oft zu klünen zu laufen da habe ich mich dran erinnert dass er nichts abgibt hallo hallo ich habe gar nichts zu geben wo ist denn die Weste ich habe dem Haus in dem du jetzt bist oder dem du bist ne mann ne mann also wo Chris jetzt drin ist ok da ist eine Clue die Kloppe alles ist verloren hallo 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 wer hat dich gestern auf Platz 2 gezogen äh ich habe eine Überraschung für die Clue peng peng und dann das Loot abnehmen ich habe einen Sniperway für Suppressor oh aber ich brauche immer noch ein Visier das ist noch wichtiger weil das wirst du mir wahrscheinlich nicht geben wenn ich dich jetzt so kenne wenn du mir das schon so sagst ich habe eine Überraschung für dich ich habe es aber kriegst du es nicht ne hier liegt super cool ach wenn jemand Energy hat ich würde es gegen den ersten Hilferkörper tauschen ach verzweifelter kann ich doch einen geben auto auto manu hat nur zweimal geschossen ihr habt es genau gew- das ist ja kein Visier um die Munition zu sparen ja wir müssen zu machen wir müssen zu machen wir müssen zu machen äh warte mal wir wollten jetzt hier wir können nicht warten wir müssen jetzt sofort zur Zunde ich gebe dir Schmerzmittel ich gebe dir Schmerzmittel oh ja die Zone was ich lasse die beiden stehen hier ja Extrate kommt in die Strate zu geben als ob du würdest erstmal warten bis wir in der Zone sind damit du das Loot ausschlachten kannst ich denke wir können sie gerne auch bekämpfen ich denke auch sie werden hier irgendwo ausgestiegen sein wir werden vorne in der Brücke sein wir werden vorne in der Brücke sein wir haben ein bisschen glatt halt jetzt gerade auch ja da haben wir ein bisschen viel verschwemmelt wir sind alle immer nicht verschwemmelt alles gut alles gut ich bin der Erste der tot ist zünd doch mal den Boost Junge bin ich achso bist du? ja ich bin 100 ok äh ja das kann nichts mit dem Graf also das muss nicht unbedingt an den Grafikoptionen hängen wenn Hardware irgendwie nicht so richtig zusammenspielt auf den Hügel schießen sie auf 165 ja es ist nur wenn du mit OBS aufnimmst auf 165 das Problem dann kannst dann und die andere Frage ist hast du Windows 10 und das neue Creators Update daran kannst du nämlich liegen in Verbindung mit OBS das haben viele das Problem ach Daniel die sind immer hier so brutale Fahrweisen ich bin doch gar nicht gefahren das will ich ja ich weiß ich weiß aber ich weiß letztes Mal hatte Daniel auch so einen Kollegen der so brutal gefahren ist ja das ist Flo das ist Flo wo wer die er ist noch nicht gelootet oder? Tatsache nee wir kacken jetzt für meine Begriffe da an dem Stein am Dings ab an einer Brücke kackt ein Team ab und schießt auf alle die vorbei wollen das ist super warum nehm ich dann den Motorradhelm auf? das ist die Rauchgranate weil du ein das wird sein also wie kommen wir da jetzt am besten rüber? Na Manu muss den Typen wegflexen und wir laufen rüber ich habe kein Visier ich sehe genauso viel wie hier oder genauso wenig besser gesagt Auto kommt der Fahrer hat nen Hit mit der SKS was? haben geflippt auf 195 sind wahrscheinlich ins Wasser gejumpt das wäre ziemlich dämlich ich decke die Situation ja die versuchen zu schwimmen ich habe über die Klippe gesprungen ich kann kein Boot mehr finden boah ja das wird wenn wir was richtig fahren ohhhhhh boah ich auch? ja dann schwimmen sie wir müssen so fahren dass wir in der Zone fahren dass wir in der Zone fahren ja komm können wir uns sparen die Munition ahhh ja braucht nicht schießen braucht nicht schießen hast du gerade in der Gefangenäre ich ich würde es mit der SKS mal nochmal ein paar Schüsse versuchen ne mach mal nicht ja auf den Bügelkampf habe ich ein paar Dinger reingekriegt ich stand aber anders als ihr dann habt ihr einen Boost oder sowas willst du nicht mit dem Auto fahren? ja aber wenn wir jetzt los fahren dann kommen wir halt genau rein Juni? ja wir müssen sowieso rum wir müssen sowieso rüber wir haben jetzt ja kein Boot hier lass doch auf der anderen Seite die Brücke nehmen hier oh geil super danke andere Seite Brücke da hinten bei Rot rüber fahren naja dann fressen wir extrem viel Schaden wir müssen jetzt aber uns entscheiden also ab ins Auto und los naja das sollten wir doch aber irgendwie hinkriegen oder? ja es wird halt Schaden kosten aber ist halt so los gehts sehr dank so kann ich fahren? ja ja sagte Clooney und sitzt auf dem ersten Platz ja weil ich noch nicht fahren 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 oh Gott wir sterben weil sie sich nicht entscheiden können wir Autofahren ich bin jetzt ein bisschen bei uns ja wenn es nur bei OBS ist Benny dann kann es sein dass du vielleicht ein paar Einstellungen zu Hardcore hochgesetzt hast oder dass halt dieses Creators Update das Problem ist also dass er das Update trotzdem eingespielt hat vielleicht weil sie dann Schaden kriegen deswegen präsentieren ein bisschen Schaden damit wir von denen beschossen werden das ist auf jeden Fall sinnig ja wir sind erstmal Nenzo naja wir sind erstmal Nenzo und ein Stück fahren wir mit der Zone ja jetzt mit also von daher wir können auch gleich irgendwo hier hinten hin fahren außenrum damit man nicht durch die ganze Zone oder durch die ganze Military laufen müssen also hier rechts vorbei an der Military könnte man es halt nicht sogar noch schaffen oder so dass ich auch so eine Mechanik bekommen habe um es mit den Malpen anzunehmen so ein geiler Flip wäre jetzt auch gut Flip CK bei Scheiße ich bin ausgestiegen sorry ich bin ausgestiegen sorry ich bin ausgestiegen weil es jemand noch keine zweite Primärwaffe hat ich brauche die Munition ich habe 27 Schuss ja da kann ich dir gleich ein bisschen was abgeben aber ich habe auch noch ein Päckchen liegen lassen hab ich mir jetzt abgegrabbt ich ok gut hast du eine AK? ich habe äh ja ich kann ja auch mal mindestens ein Päckchen abgeben dann hier wenn er herkommt 9 Schuss 5 5 6 hat jemand was zum pushen? hier guck mal ich gebe dir mal ach so ich habe ja für beide Waffen logisch wo ist denn Manu? ja steig mal ein das wird ein Schuss der Kommando jetzt ne hab dir nochmal 30 Schuss hingelegt danke ok wir müssen am besten dahin wo der grüne Marker ist und da können wir am besten spielen erzähl ihm doch mal die Fischmann Story Daniel von hinten über die Klippen hochgeklettert oh ja und genau und dann gewonnen auch noch das war super ewigen Aufgang gesucht wir sind mit dem Boot an die Klippen gefahren haben ewigen Aufgang gesucht haben es dann gerade so geschafft und Joki hat von hinten weil die nicht damit gerechnet haben dass die Froschmänner aus dem Wasser kommen hat dann auch drei Leute irgendwie blasen und dann haben wir gewonnen das guten Tag jetzt den wir jetzt noch ein Auto haben ja aber da kommen wir ja mit zumindest das Stückchen aber bis unten kommen ist die andere Frage äh wenn die dann musst du mal gucken ob irgendwo also erstmal googeln welche Ziffer das Creators Update hat ich möchte sagen es hat 17 irgendwas und ansonsten kann es sein wenn du mit CPU aufnimmst dass vielleicht einfach mal CPU Last einfach zu hoch ist oder so oder es kann auch daran liegen dass die Festplatte auf der du die Spiele hast zu langsam ist kann auch sein dass er manchmal mit dem Laden nicht hinterher kommt oder so habe ich zum Beispiel ganz oft bei Watchlogs 2 und und Watchlogs 2 ist glaube ich das Problem Gutes Auto Nächstes Auto Carsharing to go Ich fahr Ach, warum muss er aussteigen denn? Ich steig am besten am nächsten Mal als Letzter ein ich kann mich nicht mehr überzeugen ich kann mich nicht mehr überzeugen doch du kommst nicht drinnen wenn alles voll ist kann ich nicht mehr überzeugen Manu wird jetzt nicht doch schon wieder raus Manu wird jetzt nicht doch schon wieder raus Manu wird jetzt nicht doch schon wieder raus Ne, es ist ein fünfter Zeuer Ich hab die Nummer 5 nicht belegt auf meiner Anziehung ich kann doch hier sitzen Achso Ja, dass wir die ersten sind 3.20 im Leben gleich ist nichts mehr nicht Ja, hoffen wir es mal Also da oben werden wir uns im Mainz sehen die ganzen einzelnen Leute sich verstecken Ja Na gut, aber da kann es sich jemand verstecken und dann Blutet Ich bin mal hier hin Alle sitzen hier, ne? Äh, die Türen sind noch zu, ne? Und aussteigen Schönen Nuff auf dem Berg Daniel mit seinem Rotpunkt-Visier schießt hier über drei Kilometer Und wenn die Munition der AK alle ist nimmt er einfach die UMP und macht weiter Wie gehen wir denn jetzt hin? Setzen wir immer die Markierung? Äh, erstmal hier hin ungefähr Das ist ein richtiger Rotpunkt-Visier Äh, du kannst Du kannst die Leistung an der CPU im Task Manager zum Beispiel einstellen oder halt direkt OBS kannst du bei erweiterten Optionen glaube ich einstellen Was für eine Prozess Priorität das Programm hat Normalerweise ist es auf normal Kannst du auch auf niedriger einstellen vielleicht Aber meistens wenn es mit OBS zu tun hat die Leckerei dann hat das andere Gründe meistens ist dann irgendwie was mit Windows-Kompatibilität und sowas nicht in Ordnung und so Können wir gleich nochmal umdrehen, mach? Ja, lass uns da lang laufen erstmal Erstmal rein und dann kämen wir noch eine ab und dann geil, wenn es nicht so gut ist Einer von uns heilkürt und das wird klugig sein wird mal wieder schon losland Da ist ne ich mit der Spitze drauf Ich weiß nicht wie das aussieht mit der Spitze aber wir von da irgendwas machen können Na vor allen Dingen haben wir dann einen ziemlich weiten Weg wieder runter Ja, das ist, wenn wir da nicht Es gibt nämlich nur einen Weg hoch Ich kenn mich hier so wie null aus So, ich würde sagen wir laufen noch ein Stückchen weiter dass einer auf die Military gucken kann Da kommen nämlich auch Schüsse nach Ja Die kommen aber ja aus dem Norden oder Nordosten Wir könnten ja jetzt hier zum Zonenausgang campen oder was? Naja, ich denke mal kommen viele von dem Military noch hochgelaufen Guck mal hier ist ein schöner Stein Da kann man doch schön bestimmt runter gucken Die gucken unter uns von der Naja, das ist unter uns die Station, die Einzelstation hier Ich sehe erstmal keine Bewegung 5 Euro, dass ich gleich einen Headshot kriege Und da hinten ist der Loot runtergegangen Oder? Ist das ein Dach oder? Ach keine Ahnung Nordwesten liegt ein Loot Ah, da bewegt sich noch keiner hin Naja, ich sehe das nur als roter Pappmaschee da irgendwie Was hast du für eine Funzel Grafikeinstellung? Ich sehe es ja auch ohne so Ja, alles auch sehr niedrig Ja, ich sehe die rote Fahne da Also die rote Wolke Aber es sieht halt aus wie platt Die ist jetzt auch in der Zone drin Von daher wird sich den Loot keiner mehr holen wollen Die Zone tut ja schon ein bisschen weh Ich würde sagen, hier ist der the best place Guckt einer eigentlich nach hinten, der war Welche? Okay Da! Bewegung auf SE Sehen Dann schießen Dann schießen Mit Charlie Mit Charlie Peng Ne, das war ich nicht, das war kluge Jetzt kommen noch Schüsse von Süden Ich wurde mit einer K ausgelockt Kommt zu mir runter Kommt zu mir runter Kommt zu mir runter Da sind noch mehr Leute Ja, Süden ist das Ja, das ist ein ganzes Wort Ich wurde noch mal angehütet Kommt zu mir rüber Bisschen weiter rüber Hier, hier, hier Hier ist es relativ unten Ja, jetzt schießen die vom südostlichen Berg auf mich Mh, immer noch Ausgelockt eine Ja, gut, das war ja wahrscheinlich mit zwei Hits schon Ich wird kein Speifahrer geben, aber ich habe ja keine Munition Kann ich nochmal ein 30er fang abgeben? Daniel, komm mal her Was? Weil ich mich gehalten habe, kann ich nochmal 30 abgeben Leg dich mal hin, nicht, dass er dich jetzt treffen Ne, passt schon, ich habe genug Okay, ne, ich habe jetzt noch fast 100 Schuss Ich habe nur bei beiden Waffen Achso Noch eine ausgelockt Ähm Eine komplett Beil dich, du musst auf den Süden ballern Ja Danke Nee Sind die vom Berg tot? Die soll, äh, da müssen noch ein oder zwei sein Ne, ich gucke in Richtung Südosten, aber noch zeigt sich nichts Ich sehe das Auto von denen 195 ungefähr Süden 195 Die werden ja jetzt nicht mehr fahren wollen Ne, aber da müssten sie ja irgendwo dann stehen, wenn das Auto da steht Ja, die schießen schon wieder auf mich Ich bin schon wieder low Von wo? Von wo? Hinter dem Baum bei 195 war noch einer mit einem Scharfschützengewehr Hat einen Hit, aber ist lange nicht tot Ja, sehe ich Ich komme zu Silver Wir müssen auch Moven, ne, die Zone Wird uns gleich gefährlich Ja, wir haben aber leider nichts mit Heilung, wirklich Haben die was an Heilung? Weiß ich nicht, hier ist halt noch einer Geht mal in Richtung, bitte Der ist abgehauen, der ist abgehauen Äh, in die Zone, läuft in die Zone, läuft Richtung Zone Nehmen wir uns mal ein bisschen ein Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen Könnte sein, dass ich nicht mehr rauskomme, wenn jetzt jemand auf mich schießt Oh mein shit Ja, die beschießen sich gerade gegenseitig Oh, die Zone, alter Ja, ich glaube, wir werden die Knöchel verstauchen Wer ist denn da so entspannt noch in der Zone? Ist das Clooney? Ich bin's Hier ist ne Senke Hinter dir Ja Und unten drunter noch einer Rechts, rechts Rechts Unten drunter sitzt da Ich geh mal gucken Das war jetzt Da konnten wir gar nichts machen Was sind denn da hingelaufen? Keine Ahnung